Musik Hallo Kino-Freunde, am 24. bis zum 27. September findet in Lohne auf der Freilichtbühne das Filmfestival statt. Es werden vier verschiedene Filme gezeigt. Musik Am Donnerstag, den 24. September, wird Jurassic World gespielt. Am Freitag, den 25. September, wird der Film Honig im Kopf gezeigt. Samstag wird der Film Minions gespielt. Und am Sonntag, den 27. September, wird der Film Freistaat laufen. Wir würden uns freuen, wenn ihr kommt. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020